Meine Mama hat 50 Jahre gebraucht, um herauszufinden, wie ein Cheeseburger schmeckt. Denn heute durfte sie ihn endlich testen und dafür braten wir zwei Patties an und legen Cheddar-Käse obendrauf. Dann schneiden wir eine Zwiebel, die wird in einer Pfanne mit ein bisschen Zucker karamellisiert. Wer von euch kann mir sagen, was ich hier falsch gemacht habe? Jetzt fehlt noch die Soße aus Ketchup, Mayo, Salz und Pfeffer. Die schmieren wir direkt auf die Buns, dann kommen die Patties drauf und unbedingt noch Salat. Nach 50 Jahren war es dann endlich soweit. Und Mama, wie schmeckt's? Unnormal lecker.